Jo, hallo meine lieben Freunde, Busterflex ist zurück mit The Shepard82 and Mother Dry. Ja, vielen Dank lieber Jack, dass du uns so weit gebracht hast und das Monster besiegen konntest. Ähm, ich möchte natürlich, äh, DP-Stuff, ich nehm mal, wow, ich geb's dann wieder zurück. Und das will ich jetzt nicht, genau, da kam eine Pop-Up-Meldung. Hier können wir in der Stadt noch vielleicht noch Sachen kaufen und das Ganze umorganisieren. Und ich glaube nämlich, wir haben sinnlose Items in unserem Besitz. Dann, äh, ich glaub, Sadie hat noch das Bantam Charm, das können wir verkaufen, genau. Wir haben noch ein, der hat ein doppeltes Flame Pendant, nein. Äh, hab ich jetzt nicht geguckt. Das, da hat er noch was. Cup-Of-Life-Noodles ist immer gut. Secret Herb ist eben auch gut, Doc und Cup-Of-Life-Noodles. Ich glaube, wir können allen Cup-Of-Life-Noodles verkaufen, würde ich mal sagen. Ja, wenn ihr Stuff von der großen Stadt wollt, wir haben es alles. Checkt unser Merchandise aus. Ja, machen wir jetzt gerade. Ich glaube, das ist sowieso nicht unbedingt das Beste. Alles down, down. Eine Sprinting-Bomb. Glaub, würde ich dem lieben... einen Bow geben? Komm, gib mir mal drei. Gibt's noch was Gutes? Ähm. Ich glaube, es gibt ja noch einen anderen Laden. Hier. Würde ich auch noch gerne Sachen kaufen. Ist das ein Laden? Nee, das ist kein Laden. Äh. Wo ist der andere Laden? Da ist der... Da... Ja, doh. Ich hab gedacht, man könnte noch Essen kaufen. Irgendwo. Oh, Jack, willkommen! Möchtest du was kaufen? Natürlich. Aber ich hoffe nur... Gutes Zeug. Ja, Cookie. Komischer Käse. Das ist gar nicht nützlich. Würde ich mal so sagen. Nee, 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 nee. Falsch gedrückt. So. Ja, jetzt nicht schon mal wieder falsch. Okay, weg hier. Hier haben wir alles gesehen. Aber als Jack aus dem Wasser ausgestiegen ist, haben wir doch gesehen... Da ist noch was. Da war doch was am Strand. Abgesehen von Muscheln, die wir finden können. Oh. Gibt der gute Sachen hier? Müssen wir direkt. Willkommen, ey! Willkommen zum C-Shop! Willst du, äh... Kaufen du, äh... Wasser? Gucken wir mal. Vielleicht hat er ganz geile Sachen. A lower coat. Jumbo-Strengths gibt 150. A lower coat. A lower coat. A lower coat. 150. 180. 180. Ich glaube... Ich kaufe eines für Jack. Wir kaufen... Eines für... Sadie. Das, da kann auch noch gleich was haben. Sehr gut. Immerhin können wir hier was machen. Da, äh... Das ist noch mehr von diesen Muscheln, die wir immer noch nicht wissen, was die uns überhaupt helfen können. Hier wäre auch ein Safe-Frosch gewesen. Und genau, hier ist doch der Bronson. Und hier sind zwei Leute wahrscheinlich im Wasser. Oder warum sind da Stiefel? Uh, das sind Pigmask-Schuhe. Oh, Jack! Das ist mal eine Pause einlegen. Ey, einen kleinen Schlaf in der Sonne werde ich sofort wieder revitalisieren. Möchtest du eine... Ja, komm. Machen wir doch mal. Mal gucken. Okay. Das war nicht unbedingt nützlich, aber wir haben ein Gruppenfoto. Ja, cool. Das ist wie eine Sauna. Und hier ist doch was. Was ist dieser Pfeil? Oh! Ich bin in eine nicht sehr seltene, äh... Imitier-Krebs. Äh, echte Krabben versuchen unser Geschmack, unsere Farbe und unsere Textur zu kopieren. Aber wir machen das jetzt nun andersrum. Wir können einfach nicht übersehen werden. Ja, und da unten ist das Tane-Tane-Island. Südlich von hier. Du möchtest auch dorthin? Ja, klar. Ich wusste es gerade, als ich dich fragen wollte. Äh, du kannst warten, solange du willst. Da wird kein Schiff kommen. Du musst den ganzen Weg entlang auf einem Ozean gehen. Ja, erstens rede mit dem Meer. Geh ganz nahe und werde ganz nett mit dem Ozean. Und dann... Alles startet von dort. Okay. What? Äh, fuck. Der ist immer noch darunter. Hier ist das Safe-Fresh. Also safen wir. Weil wir haben ja ein paar Sachen gekauft. Ich weiß, was passiert. Ohne Equipment können wir das tun? Natürlich machen wir das. Keil. Keil ist scheiße. What the fuck ist das? Okay. Der Sauerstoff-Supply ist wieder komplett. Jetzt. Wir gehen nach Tane-Island. Tane-Tane-Island wahrscheinlich. Huh. Ich weiß, die geben uns zwar Sauerstoff, aber die Maschinen sind nicht einfach mein Ding. Es ist wirklich demoralisierend. Wirklich? Ich mag die sehr. Okay. Geil. Geil. Okay. Und hier sind wir. Oh. Und wir floaten. Was können wir herumfloten? Wir haben Oxygen. Oxygen. Haben wir da einen Tank. Genau. Sehr schön. Uh. Und hier können wir Sauerstoff tanken. Möchtest du ein bisschen Sauerstoff? Natürlich wollen wir Sauerstoff. Das ist ja auch überhaupt nicht weird. Einfach eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Und der Hund auch noch shitty. Aber hier. Was steht hier? Gefahr! Vergesst nicht, euch mit Sauerstoff anzureichern, wenn ihr unter Wasser seid. Benutzt die Maschinen mit dem Sauerstoff-Versorgung sehr effizient. Yo, 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 yo. Der Sauerstoff, das geht schon noch recht. Uh, da geht es nach unten. Ich glaube, ich glaube, ich mache da nochmal. Ich glaube, es sollte ja jetzt schneller gehen. Genau. Oder? Oder? Es geht doch nicht schneller. Ich kann da gar nicht rennen. Ich gehe mal nach unten hier. Uh, Monster! Monster, nein! A wrong fish! Oh mein Gott! Aber zum Glück ist unter Wasser in Kämpfen keine Hektik angesagt. Denn das wäre ja noch schöner. Ähm. Ich kämpfe und ich glaube, sie könnte... BK Freeze! Das ist mal wieder extrem stark und hat die Sauerstoff- oder was abgezogen. Ich glaube, ich, äh... Sniffe mal ein... Lightning! Lightning! Ja, es war doch richtig. Und gegen Schlaf. Oh, schön! Okay, was macht sie wieder? BK? Das ist nicht so extremst lustig, aber... Gibt sicher ein paar Punkte hier. Ja. Äh, Sadie ist ein bisschen schwach auf dem Knochen. Aber wir müssen unbedingt gucken. Oh, da hier geht es nach oben. Und hier. Oh Gott. What? Öffnet das? Virgo Bracet! Wir müssen sofort wieder runter. Nein! Jetzt sind die wieder da. Das glaube ich doch nicht. Äh, ja. Wir geben Sadie doch was Schönes. Virgo Bracet, die wir nicht... Ne, also du lieber machst auf beide, du Sadie, machst Sander auf beide und du gibst vielleicht was zu essen. Äh, das Sadie und du... PK Freeze. Das ist eben schon scheiße, Mann. Vakuum Anteik, das ist mir ja noch egal. Und zwar mal auf... Boah, das ist ja ganz gemein. Sadie hat's gegessen. Also ist es nicht so dramatisch. Oh, okay. Er hat nur einmal gehittet. Was? Der ist immer noch nicht tot. Fuck you. PK Freeze. Okay. Okay, der ist weg. Yes! Aber jetzt... Höchste Zeit, um wieder Sauerstoff zu holen. Genau. Höchste Zeit, höchste Zeit. Sauerstoff, Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff. Kann man das nicht beschleunigen? So, sie sind alle rot an. Wir haben ja erst das Aquarius Bracelet bekommen. Oder das Virgo Bracelet. Und das müssen wir... Give the Sadie. Und jetzt... Die Sadie soll das... Dann hat sie eine bessere Defense. So, wir waren hier unten. Und jetzt gehen wir sofort weiter runter. Das Geschenk haben wir hier. Kreuzen sich die Wege. Und oh, 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 oh. Da ist ein Paket. Und da ist eine Karte drin. Nehme ich an. Seafloor Map. What the fucky. Da... Okay. Okay, hier ist eine Kreuzung, die in einem... Die geht runter. Und hey, es geht immer tiefer. Ach so. Also, aber... Es sieht schon wieder richtig scheiße aus. Mit... Mit dem Oxygen. Also, deswegen gehe ich hier... Brauchen wir natürlich unbedingt... Das geht natürlich um... Warum sind die nicht eingezeichnet? Das würde mir extrem helfen, wenn sie auf der Karte eingezeichnet hätten... Okay, hier waren wir ja schon. Wir gehen zuerst mal auf die linke Seite hier. So. So schnell wie möglich natürlich. Und ich glaube, was ich da richtig gesehen habe, das sind auch Gegner. Natürlich. Das sind Pigmasks, die wir eigentlich... Okay, dann müssen wir halt ihn bekämpfen. A Navy Squill dropped you. Ähm, wir gucken mal, was einfach... Ähm, äh... Oh, Bow muss unbedingt was essen. Was hilft denn hier? Ich gehe nur ein kurzes hier rein. Und der Bow soll Dogjerky essen. Immerhin, dann wird er... Ah, nein, das geht doch nicht. Beam. Okay, das ist verkraftbar. Du kickst mal, ähm... Da wir jetzt nicht wissen, was Beta bei ihm macht vom Sander, werden wir das ausprobieren. Du kickst und du Sniff mal... Ah, doch, gegen Blitze. Das verkraften wir. Yeah. Yeah, geil. Aber jetzt müssen wir unbedingt... Wo sind wir hier? Ah, da gibt es nochmal eine Kreuzung. Und was ist das? Sind das Fische oder was ist das? Mit denen will ich jetzt nicht kämpfen. Und es sieht so aus... Wo ist... Oh, shit. Wo ist da Sauerstoff? Wo ist Sauerstoff? Wo ist Sauerstoff? Ja, wir wurden angeschwemmt. Machen wir es nochmal. Ah, shitty. Das ist ja bitter. Muss ich mal sagen. Richtig. Wo sind diese... Dann gehen wir mal auf die... Aber wir müssen dort runter. Ich weiß es. Ich weiß es. So, schnell machen. Schnell, schnell, schnell. Wir wollen nicht hier runter gehen. Wir müssen wirklich das meiste, das Effektivste nehmen. Das gibt hier... Wir wollen auch nicht diesen Kampf. Nein. Wolle ich jetzt nicht machen. Okay, du gehst mit Sander weiter hier. Das wird ja ein Vergnügen, lieber Jack. Sag ich ja schon jetzt. Immerhin geben die schnell... Kann ich das überhaupt schaffen? Oder ist hier Sauerstoff? Weil hier war ich ja nicht. Hier war ich ja nicht. Ja, Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Aber jetzt müsste ich ja irgendwie nach oben gehen. Nach oben gehen und runter. Und vielleicht schaffe ich es dann. Also, ich probiere das. Ich probiere das. Schnell! Nein, also nochmal. Komm, nochmal Sauerstoff. Weil ich bin an der Maschine, an der sozusagen der Maschine festgehangen. Tja, das kann ja lange dauern, bis ich das geschafft habe. Motherfucker. Also, ja, 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 ja. Jetzt geht... Ja, nicht hängen bleiben, nicht hängen bleiben. Schnell, schnell. Das ist schon übelst. Okay, Pigmasks ist mir egal. Hier, runter, 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 runter. Und mit diesen Fischen will ich auch nicht zutun. Aber ich denke, man könnte mit diesen kämpfen, wenn ich mich noch recht... Und der hat irgendwas. Aber das will ich jetzt im Moment auch nicht ausprobieren. Denn... Sauerstoff ist krass knapp... Da, da. Yes! Und, was ist denn das für ein Tier da unten? Es wird natürlich alles pink. Es kann ja nicht anders sein. Okay, mit dem wollen wir nicht... Okay, mit dem müssen wir wohl kämpfen. Kommen beide... Nein, es kommen beide... Also, machen wir mal Psy. Thunder. Wir gehen mal auf... Oh, er hat gemisst. Das ist... Okay. Okay, du darfst physische Attacken machen. Nein! Warum hat das nicht gewirkt? Mache ich einfach nochmal. Äh... Und du machst Thunder. Oh, super! Der ist schon weg! Okay, du darfst physische Attacken. Wirklich? Okay, ja! Er hat nur einmal getroffen. Uh, wir haben ein Level Up bekommen. Sehr schön. Und das da ist auch schon fast auf 40. Okay, wir müssen pressieren. Oder uns beeilen. Hier können wir nach oben. Bing, 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 bing. Schnell nach oben. Schnell nach oben. Irgendwo. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist das? A fish Roman blocked away. Was zur Hölle ist das? Äh... Jack hat nicht so viel Energie. Also... Und Zadie auch nicht. Das ist ja super. Bei ihr Better. Die anderen... Oh, what? Das ist nicht cool. Das ist ja recht stark, Mann. Da muss ja was sehr Gutes drin sein. Dann geben wir... Oh. Ich mach einfach Omega. Äh... Die gehen nach unten. Das klingt... Alles nicht so gut. Äh... Wir wissen nicht gegen was. Äh... Wir machen mal Freeze. Ähm... Was hast du? Was hast du? Geben wir das einfach dem Bow, damit er nicht gerade stirbt. Bow, sniff doch mal. Ich hab's nicht gelesen. Ich bin doof. Okay. Okay. 500. Das ist gut. Oh. Hat geklappt. Und Freeze. Okay. Wir kicken mal. What? Also schnell. Live Up. Wetter auf... Das da ist gestorben. Shit. Shit. Ah, hat sich selbst geheilt. Okay. Das ist scheiße. Scheiße. Savi ist auch down. Das kann doch nicht sein, Mann. Was? Zur Hölle. Okay. Ja. Super. Ich, äh... Also. Was? Wir haben... Okay. Scheiße. Wir können nur noch, äh... physische Attacken machen. Hallo? Das ist ja wirklich absolute Scheiße. Okay. Wir müssen aber das Päckchen nehmen. Awesome Crown. Und was wir machen könnten, was ich machen werde, ist ja eigentlich, was wir den Sauerstoff... Okay. Wir lassen einfach den Sauerstoff ausgehen. Da werden wir an das Ganze geschwemmt. Genau. Wir werden an den Strand geschwemmt, was ja eigentlich gut ist. Genau. Und wir... Und dann können wir uns revitalisieren. Sind alle wieder da. Sehr geil. Sehr geil. Also. Komm zurück zu jeder Zeit. Wir gehen zurück in den Ocean. Jetzt haben wir diese Purschen gemacht. Okay. Ja, gut. Fieber. Nehmen hier Sauerstoff zu uns. Leider haben die anderen keine Aufstufungen erhalten. Also. Ähm. Wir. Da unten. Bei der 30 müssen wir in die 40er gehen. Und dann kommen noch ganz viele. Watterfuge. Was? Okay. Das wird ja ganz lustig. Das wird ganz lustig. Also. Wir gehen einfach da mal weiter runter. Wir müssen... Relativ rasch machen. Hier auf der Seite waren wir schon. Nein. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will jetzt nicht kämpfen. Äh. Sie soll mit... Sundryp Vetter... Smash ist immer gut. Beam. Mist ist noch besser. Bam. Yes. So soll jeder Kampf gehen. Okay. Schnell, schnell machen. Nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ja. Blinding Speed. So kann es immer noch mit dem... Okay. Ja. Das kann man... Super. Das kann man vertragen. Ist halt dennoch übelst. So. Hier unten ist ja der... Lie... Die liebe Oxygen Machine. Natürlich. So. Jetzt müssen wir unbedingt feststellen... Wo die nächste ist. Wo die nächste ist. So. Schnell, 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 schnell. Fischi will ich nicht. Oh. Ein Geschenk. Magic Tard. Okay. Hier könnte ich... Einfach nach unten gehen. Oder ich könnte nach... Ich gehe einfach mal hier runter. Okay. Live. Wir können die ganze... Wir können die ganze... Die ganze Dings hier heilen. Oh. Muss das sein? Ich glaube, die sind ja auch allergisch gegen... Okay. Oh nein. Das ist sehr schön. Okay. Ja. Unser Check kann hier nicht mehr antworten. Yes. Okay. Äh. Geschenk. Geschenk. Nehmen schnell. Double Jerky. Immer gut. Immer gut. Wo ist die nächste... Sauerstoffpumpe? Ich bin mir sicher, dass ich falsch gegangen bin. Und da ist ein Krebs. Soll ich denn Krebs? Äh. Ich bin schon wieder zu spät. Äh. Diese Felslapser sind solche Punks. Einer hat einfach meine... Meine Shell gestohlen. Also mein Panzer gestohlen. Das war like. Du bist so ein Loser. Du verdienst es. Auf dem Meeresgrund herumzulaufen. Ohne deine Schale. Das war so gemein. Und hat mich so verletzt. Äh. Er hat einfach nur... das Salzwasser in meine Augen, äh... Äh. Bestreuen können. Ja gut. Er ist ja sowieso im Salzwasser. Okay. Wir werden mal wieder angeschwemmt. Okay. Es kann sich nur um... Eine 100 Stunden handeln. Bis wir das Ganze gemacht haben. Also wir... Pumpen uns mal hier auf. Und ich würde sagen... Das ist doch mal ein Video. Und wir sehen uns gleich wieder, meine lieben Freunde. Ciao.